Was wäre, wenn man sein Haus einfach selbst bauen könnte? Wie ein Regal von Ikea. Zusammengestellt aus einer Art Baukasten. Frei konfigurierbar, dazu noch nachhaltig produziert und optimal gedämmt. Günstig, aus Holz und mit Statik. Das gibt es, und zwar mit dem Baukastensystem SI Modular. Die Montage ist relativ einfach und ohne besonderes Werkzeug machbar. Das Stecksystem ermöglicht einen schnellen Aufbau. Umbauten, Anbauten oder sogar der vollständige Bebau des Hauses sind möglich. Und so funktioniert das Ganze. Du stellst dir dein Traumaus aus unserem modularen Katalog zusammen. Zusätzlich beraten durch uns und deinen Architekten, der später auch das Baugesuch einreicht. Wir unterstützen dich bei der Einholung von Angeboten für die Gründung. Egal ob es eine klassische Bodenplatte wird oder innovative Schraubfundamente. Wir haben entsprechende Vorlagen. Die Baugenehmigung ist da. Die Bodenplatte fertig. Das Warten hat endlich ein Ende. Wir liefern dein Tragwerk und alles, was für den Aufbau notwendig ist. Mit einer bebilderten Aufbauanleitung und einigen hilfreichen Händen aus dem Familien- oder Freundeskreis wird das Haus Schritt für Schritt zusammengebaut. Da alle Teile millimetergenau zusammenpassen, kann abends bereits richtfest gefeiert werden. Wenige Tage später ist dann auch die Gebäudehülle mit den passgenauen Elementen geschlossen. Alle Fenster und Türen sind eingebaut. Das Haus ist geschützt vor Wind und Wetter. Innen kannst du nun ganz in Ruhe mit dem Ausbau starten. Dein Haus ist fertig. Selbst gebaut. Ökologisch, hochwertig und individuell geplant. Es hat sich gelohnt. Durch den Selbstaufbau und die industrielle Vorfertigung bietet Essie Modular ein enormes Einsparpotenzial. Eben das Ikea-Prinzip. Du kannst also schaffen, was schon einige vor dir geschafft haben. Über 30 Häuser stehen mittlerweile in Deutschland, Belgien, Nepal, Frankreich und sogar in Australien. Du willst mehr erfahren? Dann klick auf unsere Website, schreib uns eine E-Mail oder buche einen Termin in unserer Ausstellung. Wir freuen uns auf dich und dein Projekt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017